Profilfotos zum Beispiel bei WhatsApp. Deins sehen wir gleich im folgenden Beitrag, aber ich zeige auch gleich meins. Aber wir haben festgestellt, es ist immer so eine bestimmte Philosophie, ne? Unsere Kollegin Lena, zeig mal deins. Du mit deiner Mutter zusammen. Voll süß, wie lange hast du das Foto schon? Es ist an Silvester schon. Ah, also du tauschst öfter mal? Ja, ab und zu. Das ist ja witzig, weil manche tauschen ja eigentlich ihr Foto gar nicht. Mary hat auch ein schönes Foto, was ist das? Ich meine Katze. Ach, deine Katze. Zeigst du dich selber nie? Doch, aber die Katze ist größer, weiß ich nicht. Ach, für die nicht.